Sie hören Mr. Seductive, geschrieben von C.R. Scott, gelesen von Max Hoffmann und Pia Rona Sachse, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Kapitel 1 Audrey Seattle. Schillernde Metropole, Hauptsitz unzähliger berühmter Firmen. Die größte Stadt im Bundesstaat Washington. 140 Quadratmeilen Fläche, dreieinhalb Millionen Einwohner. Und hier soll es echt keinen einzigen Mann geben, der auch nur ansatzweise zu mir passt? Kaum zu glauben. Aber langsam komme ich leider zu dieser bitteren Erkenntnis. Vor allem am heutigen Abend. Und dann muss man das Papier um 180 Grad drehen, bevor man es einscannt, sagt der Kerl, der mir gegenüber sitzt. Sonst kann das Programm es nicht erkennen. Aha, mache ich. Verhalten und ohne eine Mine zu verziehen, nickt er. Dann gäbe es eine Fehlermeldung. Ja. Und das wäre nicht gut. Nee. Das würde den ganzen Prozess aufhalten. Hm. Chaos wäre die Folge. Verheerendes Chaos. Kann ich mir nicht verkneifen und versuche, den Drang zu gähnen zu unterdrücken. Absolut, spricht der Typ ernst und trocken weiter. Dann müsste man den Scan wiederholen. Man stelle sich das nun mal bei Tausenden von Rechnungen vor. Könnt ihr das denn nicht vollständig automatisieren? Frage ich mehrmals blinzelnd, weil meine Augen so müde werden. Wie gesagt, entgegnet er. Die Rechnungen müssen von Hand in die richtige Position gedreht werden. Erst dann kann die Maschine korrekt arbeiten. Ach so. Das ist sehr wichtig. Sonst gäbe es Chaos. Stimmt. Verheerendes Chaos. Das sagtest du eben schon. Ich erinnere mich. Ja. Hilfe. Könnte ein Gespräch noch langweiliger und steifer sein? Im Grunde ist es mir ja egal, welchen Job mein Traummann hat, solange er nicht, keine Ahnung, Robbenjagd oder Kinder ausbeutet. Nein, was das angeht, bin ich echt nicht wählerisch. Ich hätte kein Problem damit, wenn mein Mr. Right Buchhalter wäre und dies auch sein Leben lang bleiben will. So wie dieser Steve, mit dem ich mich gerade unterhalte. Aber warum reden wir bei unserer ersten Verabredung über nichts anderes als einen Arbeitsprozess und dann auch noch so nüchtern, wie es überhaupt nur geht? Kein Feuer geht von ihm aus. Kein Knistern, kein Interesse an mir. Und es kribbelt einfach nicht bei mir. Dabei wäre das doch die Voraussetzung, um sagen zu können, dass ein Date gut läuft, oder? Selbst wenn es nur ein Speeddate ist. So wie in unserem Fall. Und dann gelangt die gescannte Rechnung ins System, referiert Steve weiter. Er holt Luft und will fortfahren, da ertönt die Glocke. Prompt strecke ich den Rücken durch. Oh, unsere Zeit ist leider um. Äh, ja, also... Schade, flunkere ich aus Höflichkeit. Hat mich gefreut, bis dann. Alles an meinem Blick und meiner Körperhaltung will ihn dazu auffordern, sich zu erheben und einen Platz weiterzurücken. Äh, ja. Perplex steht er auf, schiebt sich die Brille höher auf den Nasenrücken und geht einfach. Ohne Verabschiedung. Ohne anzudeuten, mich wiedersehen zu wollen. Und ich bin heilfroh darüber. Sorry, Steve. Aber aus uns wird nichts. Und wenn wir beide das so sehen, umso besser. Denn ich würde dich genauso wenig glücklich machen, wie du mich. Meine Herren, weist die Moderatorin des Speed-Datings die Männer an, die sich noch immer nicht vom Stuhl losreißen konnten. Bitte wechseln Sie die Plätze. Hoffnungsvoll schweift mein Blick nach links, von wo mir mein nächster Gesprächspartner entgegenkommt. Aus dem Augenwinkel habe ich ihn eben schon beobachtet, weil er echt gut aussieht. Pechschwarze Haare, strahlend blaue Augen, hübsches Gesicht, breite Schultern, tiefe Stimme und ein Lachen, das sich toll anhört und ihm gut steht. Steve muss es mir verzeihen, aber schon seit er unbedingt mit mir über die Pflichtabgaben auf einer Rechnung sprechen wollte, habe ich mich schon auf seinen Nachfolger gefreut. Und nun kommt er endlich zu mir, schenkt mir sein charmantes Lächeln und setzt sich mir gegenüber. Hi, begrüßt er mich und lässt abermals seine strahlend weißen Zähne hervorblitzen. Ich bin Jack. Er gibt mir die Hand. Hallo. Gerne lasse ich mich auf eine Berührung ein und schüttle ihm die Hand, während ich sitzen bleibe, wie es das Konzept des Speed-Datings vorsieht. Audrey. Schöner Name, wie Audrey Hepburn. Den Vergleich habe ich ja noch nie gehört, geht es mir sogleich voller Ironie durch den Kopf. Direkt in der nächsten Sekunde ermahne ich mich allerdings dazu, mich nicht gleich wieder zu verschließen. Vielleicht sitzt diesmal ja mein Mr. Perfect vor mir. Da darf ich mir die Chance meines Lebens nicht entgehen lassen, bloß weil er sofort an Miss Hepburn denkt, wenn er meinen Namen hört. Viele tun das. Dafür kann er nichts. Und so lache ich zurückhaltend. Du bist Buchhalter, höre ich die Frau einen Tisch weiter sagen. Oh mein Gott, ich auch. Steve lacht sie an. Das ist ja ein Ding. Wo arbeitest du denn? Du meine Güte. Da könnten sich zwei gefunden haben. Konzentrier dich auf dein eigenes Gespräch, Audrey. Und Jack, was machst du so? Dies und das. Lässig nickt er und lehnt sich zurück, macht er sich auf dem Stuhl bequem. Sogar so bequem, dass er die Beine breit macht und den rechten Arm auf der Stuhllehne ablegt. Ich bin dein Mann für alles, Baby. Okay. Für diese Bemerkung kann ich mich trotz aller guten Vorsätze nicht davon abhalten, skeptisch die Brauen hochzuziehen. Heißt das, du bist Handwerker? Wenn du willst, er zwinkert. Was? Hä? Wie meinst du das, frage ich mit meinem Blick. Ich schlüpfe in jede Rolle, die mir aufgetragen wird, erklärt er sich. Ach so. Wow. Etwa. Bist du Schauspieler? Wieder lächelt er und diesmal fällt mir auf, wie arrogant sein Lächeln ist. Klar, Baby. Ich habe den geilsten Job der Welt. Meine Augen werden größer. Hast du in irgendeinem Film mitgespielt, den ich kennen könnte? Kann sein. Hast du dir schon den neuesten Naughty Babes reingezogen? Ich stutze. Wie bitte? Darin spiele ich drei Hauptrollen. Hä? Oder in Office Sluts Teil 7. Darin habe ich sogar fünf Rollen. Was? So bescheuerte Filmtitel. Und wie soll das überhaupt gehen? Mehrere Hauptrollen mit demselben Schauspieler. Oh mein Gott, er spielt in Pornos mit. Äh. Stammle ich. Aber genug von mir. Wir sollten auch mal über dich sprechen. Meint er. Ach, wie gerne hätte ich Steve diesen Satz zu mir sagen hören. Wie ich feststelle, hängt dieser längst an den Lippen seiner neuen Tischnachbarin. Ich blicke wieder zu Jake und erschaudere auf unangenehmste Art und Weise. Keine Ahnung, ob ich mir das nur einbilde. Aber längst scheint er dabei zu sein, mich mit seinem Blick auszuziehen. Womit vertreibst du dir so die Zeit? Lass dir nichts anmerken. Das wäre unhöflich. Dieser Mann ist genauso wenig dein Mr. Right wie es Steve ist. Aber die restliche Zeit eures Speeddates hältst du auch noch durch. Ich arbeite im Marketing, antworte ich. Hauptsächlich schreibe ich Werbetexte. Wobei ich noch nicht weiß, was in Zukunft mein Schwerpunkt sein wird. Denn ich wechsle demnächst den Arbeitgeber, um frischen Wind in meinen Job zu bringen. Wieder setz dein Grinsen auf, das ich inzwischen einfach nur noch widerlich finde. Dann bist du also auch eine Office-Slut. Was? Ich schnaufe. Hat er mich gerade ernsthaft eine Büroschlampe genannt? Und das ist also das Einzige, was bei ihm im Kopf hängen geblieben ist? Da kann wohl jemand nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Ganz sicher nicht, zische ich. Ach, komm schon, fordert er mich auf und lehnt sich näher zu mir herüber. Im Büro hast du doch bestimmt einen heißeren Fummel an als das da, oder? Abfälligen Blickes deutet er auf meine Bluse, die ihm anscheinend zu wenig Dekolleté zeigt. Vor Entsetzen verziehe ich das Gesicht. Sag mal, spinnst du? Was ist denn los, Baby? Hör auf, mich so zu nennen. Kein Verständnis seinerseits. Was ist auf einmal dein Problem? Und auch nicht meinerseits. Du bist mein Problem! Das sagst du nur, weil du noch nie auf mir geritten bist. Empört reiße ich den Mund auf. Hey, vielleicht solltest du dir lieber jemanden aus deiner Branche suchen, okay? Kopfschütteln steht er auf, kurz bevor der Gong ertönt. Nur Nonnen hier, mumelt er enttäuscht. Instinktiv sehe ich zu der Frau, die links von mir sitzt und bereits vor mir das Vergnügen mit ihm hatte. So ein Arsch, oder? Lese ich in ihrer Mimik. Das ist noch untertrieben ausgedrückt. Sie nickt. Was machen wir überhaupt hier? Könnte ihr daraufhin durch den Kopf gehen. Das frage ich mich auch, denke ich mir. Sollte ich diesen fürchterlichen Abend überleben, bringe ich Nellie und Grace um. Jake will am nächsten Tisch Platz nehmen, was ich nur begrüßen würde. Doch Steve kann sich einfach nicht vom Stuhl losreißen. Noch immer unterhalten er und die Dame, die ihm gegenüber... Sollte ich den Kopf gehen. Sollte ich den Kopf gehen.